Die Flügel einer Mücke schlagen 300 bis 600 Mal pro Sekunde. Und ich seh einmal gegen die Wand. Ich wollte auch grad sagen, ich hab mir auch überlegt, wenn ich irgendwie in diesen Funfact überleiten muss, dann sag ich ja, und ich brauch nur einen Schlag, um sie kaputt zu machen. Drecksviecher. Und weißt du, warum ich, rate mal, warum ich einen Funfact über Mücken rausgesucht hab. Haben sie dich zerstochen? Alter, ich war vorhin mit meiner Freundin in Speyer, sie dachte sich so, ey komm, es ist warm draußen, da gehen wir ein bisschen rein, vorbei und keine Ahnung. Dann sind wir so durch so einen dunklen Park gegangen und durch einen dunklen Park zu gehen, ist aus ein paar Gründen immer eine dumme Idee. Zum einen wegen irgendwelchen Strollchen oder wegen Mücken. Und ey, ich wurde so zerstochen, ich hab drei auf meinem rechten Arm, zwei auf meinem linken Arm und dann saß da eine. Top 10 Gründe, warum es eine dumme Idee ist, sich die Beine dunkel zu tätowieren. Man sieht Mücken nicht mehr so gut da drauf. Und da saß wohl längere Zeit eine und ich hab die dann irgendwann bemerkt, weil irgendwann hat es weh getan, ne? Alter, und ich hab der so eine Zuhälterschelle gegeben und mein ganzes Bein war blutig. Und die hat richtig, die hat richtig abgeschraubt. Ordentlich, ohne zu bezahlen. Alter, Junge, Junge, die hat mehr gesaugt als die Mutter des ein oder anderen Twitter-Nutzers. Also. Aber sie ist tot. Ja. Die Mutter oder die Mücke? Ja, wenn die Mutter vom Saug tot ist, ist ja gut. Bisschen im Mund zu voll genommen, ne? Oh, einmal totgeschlürft. Jut, Jut. Ja. Oh, schön. Ja, komm da doch bitte rein. Freunde, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Stabilen Sprechstunde. Erstmal, wie ihr immer am Anfang sagt, eigentlich immer so vielen Dank für euren Support, fürs Teilen, fürs Pushen und so weiter. Wir lieben euch dafür. Und ja, wir haben mal wieder sehr viele neue Nachrichten bekommen, viele E-Mails, viele Fragen auf Telonym. Und den ein oder anderen Auserwählten wollen wir heute mal ein bisschen eine Diagnose stellen. Ein bisschen das Ärmchen greifen vor, ne? Oh, was ist das denn? Bist du Jogi Löw oder was? Erstmal schön unter das Ärmchen greifen, dann erstmal schön in die Nase. Oh, das riecht aber geil. Muss ich nochmal kurz. Echt? Ich glaube, Deutschland ist diesmal so früh rausgeflogen hier bei der Europameisterschaft, weil Jogi nicht, der durfte nicht fummeln. Ne, der durfte. Lass den Mann fummeln. Richtig. Also an sich selber. Gott Hilfe. Lass den Jungen fummeln. Stell dir vor, da wäre immer so eine Assistentin dabei, wo er einmal so krapscht und zieht er eine Nase. Oh, jetzt habe ich die Idee. Weißt du, das ist wie hier Vicky, der Wikinger, Alter, der sich erstmal so eine Line legt und dann, oh, jetzt habe ich die Idee, wir graben einfach einen Tunnel unter der Burg durch. Oh Gott, Hilfe, das geht schon wieder los hier. Es geht los. Hast du auch noch was zu sagen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Warte, habe ich auf dem Herzen? Nö, ich habe heute auf dich gewartet, ein bisschen verspätet, aber das macht ja nichts. Kittel habe ich ja jetzt schon ausgepackt, muss nur anziehen jetzt, ne? Es tut mir wirklich leid, wir müssen nur hinkaufen. Du hältst jetzt deinen Maul. Morgen ist Sonntag. Du ziehst den Kittel jetzt an. Die Leute warten doch, Mensch. Ich wollte heute mal nackt aufnehmen. Nein, heute nicht, dann machen wir nach der Session. Okay, lass den Papa mal. Ich versuche jetzt hier live Soundeffekten zu machen. Ich hoffe, man hört sich was. Okay. Wollen wir den ersten Patienten mal reinholen? Hol mal rein. Rüdi, hol mal einen rein jetzt hier. Herein, bitte. Ich habe Angst vorm Tod. Seit circa ein bis zwei Jahren die Gedanken kommen meist recht zufällig beim Duschen, Zocken oder einfach im Bett liegen und YouTube schauen. Meist frage ich mich dann, was nach dem Tod ist und was ich in meinem Leben machen möchte, um es nicht zu verschwenden, während ich einer Hartangstzustand gerate. Ja, das hat er wirklich so geschrieben. Manchmal frage ich mich, ob ich mich falsch lese oder ob die Leute einfach falsch schreiben. Okay. Während ich in einer Hartangstzustand gerate, das geht meist für fünf bis zehn Minuten, bis ich es wieder auf andere Gedanken komme und mich wieder beruhigen. Ja. Ich bin echt verwirrt, ob ich einfach irgendwas falsch lese oder okay. Ich habe zwar schon mal mit meiner Mutter drüber geredet, aber sie nimmt es nicht so ernst und die meisten, die ich um Rat frage, sagen entweder etwas mit Religion, bin nicht gläubig, oder es heißt, dass man da eh nichts ändern kann, was mir aber meist nur noch mehr Angst macht. Ich weiß, ihr seid keine Psychologen, nur ich hoffe auf eine Antwort, die mir vielleicht weiterhilft. Sehr ernst. Wie ist das bei dir? Hast du Angst vorm Tod? Man hat als kleiner Bursche, hat man da mal dran gedacht, aber mittlerweile, wenn ich darüber nachdenke, ins Grab muss ich irgendwann. Ob das morgen ist oder in drei Wochen oder in fünf Jahren, in zehn Jahren, das ist alles scheißegal. Morgen bist du nett, du musst noch einen Podcast karten. Ah ja, stimmt, morgen geht noch gar nicht. Hans, verpiss dich mal, sag, kannst du wegbringen, ich muss hier noch ein bisschen was schneiden. Aber ich glaube, so diese Phase, wo man so Angst vorm Tod hatte, die hatte jeder irgendwann mal. Die hatte jeder einmal, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, das war bei mir auch wirklich so um den Dreh, so um die zwölf, dreizehn. Ich habe so versucht zu begreifen, dass da nichts mehr kommt und nichts mehr davor war, weißt du? Aber da kannst du irgendwie nicht begreifen. Das ist wie, wenn du versuchst, dir zu überlegen, wie riesig das Universum ist. Also das kannst du einfach nicht greifen, so, weißt du? Fühle ich. Wenn ich nachts im Bett liege und mir so überlege, wir sind auf dem Planeten hier. Und da draußen, da geht es noch viel, viel weiter und dann kriege ich Kopfschmerzen. Dann geht es nicht mehr. Kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich denke mir dann, guck mal, stell dir mal vor, wir hätten anstatt die ganze Zeit nicht irgendwie in Kriege investiert oder weiß ich nicht was, sondern die Menschheit wäre als eine Einheit zusammen und hätte einfach daran gearbeitet, vielleicht mal das Universum weiter zu erkunden, an besseren Treibstoffen zu arbeiten. Keine Ahnung, weißt du? Weißt du, wir hätten bestimmt schon die Möglichkeit, jetzt auf irgendeinem fremden Planeten irgendwelchen Aliens mit drei Titten beim Strippen zuzuschauen. Hätten wir wahrscheinlich die Möglichkeit, aber wir haben andere Probleme wie mit, ich glaube, mein Akku ist gleich leer. Ich muss dann mal ganz kurz mein Kabel suchen. Ach, Scheiße, ist kaputt. Was soll meine guten Mann sagen? Ich glaube, der Tod, das ist so eine der wenigen Konstanten, um die du vielleicht nicht ganz so rumkommst. Ich meine, wir haben ja irgendwie, es steht so ein bisschen Sci-Fi-mäßig im Raum, keine Ahnung, dass du deinen Körper vielleicht irgendwie einfrieren lassen kannst und man nimmt dann irgendwann dein Gehirn und packt den Roboter und dann lebst du vielleicht ewig, keine Ahnung so. Aber ich sag mal, bis wir nicht die Technologien haben, musst du einfach damit klarkommen, dann irgendwann ist es vorbei, ne? Irgendwann ist Licht aus, ne? Du kennst doch bestimmt kurz gesagt, oder? Kenn ich, natürlich. Ja, kurz gesagt, die hatten ja auch mal ein Video über irgendwas mit Nihilismus. Irgendwas war da. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die haben ja auch gesagt, so wenn du stirbst, ja, wenn, um dir, oh Gott, Alter, um dir so ein bisschen die Angst zu nehmen, mach einfach die Augen zu, zähl bis eins und dann weißt du, wie sich die Unendlichkeit anfühlt. Weißt du, es ist einfach nichts. So, was willst du mitbekommen? Erinnerst du dich an die Zeit vor deiner Geburt? Ich glaube nicht, oder? Das ist wahrscheinlich auch besser, halt. Stell dir mal vor, du... Das ist angenut. Du weißt, wie deine Eltern dich gemacht haben. Richtig, richtig. Meinst du, es gibt irgendwelche Eltern, die gefilmt haben, wie sie gebumst haben? Safe. Nein, ich bitte dich. Ja, natürlich, aber dann, wo es auch zur Empfängnis gekommen ist. Auch das wird es geben. Stell dir vor, du hast, weiß ich nicht, so mit 18, 19 Jahren, Alter, suchst du so das Zimmer deiner Eltern durch, du findest in dem Film und denkst, oh, was ist das denn da? Was ist das denn da? Dann siehst du einfach, wie du gezeugt wurdest und dann erfährst du, weiß ich nicht, da waren auf einmal zwölf Leute am Start. Oh ja. Da hat jeder mal rein... Abgedrückt. Also ein bisschen was von jedem, von Onkel Günther. Manfred. Ne, ähm, ja, was soll mein guter Mann sagen? Ich denke mal... Das geht auch vorbei, ne? Das geht vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwann freundest du dich auch einfach mit dem Gedanken ab. Ich bin auch nicht gläubig, aber ich hab damit auch keine Probleme mehr, ne? Das ist... Ne, auf keinen. Und ich würde auch nicht, ich würde auch nicht so weit gehen, dass du dir denkst, äh, du willst dein Leben nicht verschwenden. Überhaupt nicht. Ähm, ich denke mal, jede Zeit, das könnte jetzt so ein Instagram-Spruch sein, jede Zeit, bei der du Spaß hattest, das ist keine verschwendete Zeit. Weißt du, wenn du sagst, du zockst den ganzen Tag WoW, Alter, du freust dich richtig darüber, so richtiges No-Life zu führen, ey, dann ist das keine verschwendete Zeit, dann hab Spaß beim WoW-Zocken. Wenn du sagst, ey, ich hab Bock, ich weiblich 23, würde gerne ins Pornokino, Alter, dann geh da rein. Ja, also von daher, ich würde mich einfach nicht, ähm, beunruhigen lassen, nicht aus der Bahn werfen lassen. Lebe dein Leben, hab Spaß und irgendwann gehen wir alle drauf und ich denke mal, wenn man alt ist, freut man sich auch irgendwann, wenn der Körper so richtig versagt. Du kannst irgendwie nichts mehr machen, dann denke ich mir auch so, Alter, komm, jetzt auch mal Jutta, ne? Hör der Gerd, denk mich mal zu, ich glaube, ich muss gehen. Es wird scheit. Oh nee, warte, 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 der war doch nur ein Furz, der quer stand. Oh, warte mal, warte mal. Oh Gott, der war aber live, das war kein Sound-Effekt. Der war wirklich live. Hast du dich hier gerade live eingekackt? Oh, warte, ich muss mal ganz kurz, Tommy, wir machen mal kurz hier einen Kack an der Stelle, ne? Oh oh. Oh oh. Ach ja. Das bleibt drin, mein Freund. Ja, ich hoffe doch, das ist drin geblieben. Alles klar, guck mal, mach's einfach wie Robert, lass es raus, hab Spaß am Leben. Immer Spaß am Medium. Überdenk einfach nicht zu viel, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Perfekt. Wollen wir den nächsten Kandidaten? Oder musst du dich erstmal frisch machen, wie sieht's aus? Das war doch nur ein Sound-Effekt zu deinem Punkt. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht Malte, der stift ja schon und jetzt hast du gesagt, Alter, komm, alles muss raus. Du, wir sind im Podcast, ich kann jetzt eh nicht aufstehen, ne? Achso, ja, okay. Der nächste, bitte. Äh, ich weiblich 15, Single, noch. Habe Angst, dass sich Jungs vor meinem Körper ekeln. Jedes Jahr gefühlt kommt eine Macke dazu. By the way, auf einer Party wurde meine Freundin dauernd angeflirtet. Ich stand daneben wie ein Idiot und hab einfach dauernd den Alk runtergezischt. Danach bin ich auf einer Bierflasche ausgerutscht. Das führte zu den Zweifeln. Oh. Also, sie fühlt sich hässlich, weil sie auf einer Bierflasche ausgerutscht ist? Das führte zu den Zweifeln. Kann ich nur zitieren, ne? Ja, aber weiß ich nicht. Ich find das doch eher lustig, oder? Ich bin so oft ausgerutscht, da hab ich trotzdem keine Zweifel. Was war so das Peinlichste, was dir passiert ist, wo du ausgerutscht bist? Ausgerutscht, mit dem Fahrrad ausgerutscht. Ja? Da war ich im Dorf, da war ich aber auch noch knackige 8 oder 9. Durchs Dorf gebrettert wie so ein Geisteskranker. Hab das erste Mal ein Fahrrad besessen. Bin dann von meinem Ort, wo ich gelebt habe, mit meinen Eltern, zu dem Dorf meiner Großeltern gefahren. Alleine schon, ne? Mit 9. Ist okay. Hat man mal getestet. Und dann bin ich im Dorf, wollte ich mal ein bisschen angeben, dass ich komplett cool bin und freihändig fahren. Dabei aufstehen und versuchen zu trampeln. Oh Gott. Bisschen unglücklich. Mitten an der Bushaltestelle, wo die alten Perlen da alle rumstanden, die alten Obbys. Ich hab mich so auf die Fresse gelegt, hab das Fahrrad liegen gelassen und bin weggelaufen. Original Fahrradflucht. Fahrradflucht. Hab ja keinen verletzt. Fahrradflucht. Oh Gott. Ey, sowas ist mir aber auch mal passiert. Da haben wir, meine Schwester und ich haben beide neue Fahrräder bekommen, aber es wurde gesagt, die kriegen wir eigentlich erst zum Geburtstag. Also noch zwei Wochen. Da hab ich gesagt, ey, ich will aber wenigstens mal eine Runde fahren. Ja, okay. So. Und dann, ich weiß noch, wir hatten so einen Spielplatz bei uns da in der Wohngegend. Und ich wollte dann cool sein, weißt du, mit meinem neuen Fahrrad so richtig schnell vorbeifahren. So. Ja, ja. Und kennst du diese Zäune, die so wie so ein X sind? Diese Holzdinger? Kenn ich. Ja, natürlich. Ich, voll Gas. Und ich war zu blöd zu bremsen. Ich hab die Kinder gesehen, ich wollte cool wirken, ich hab vergessen, wie man bremst. Aber ich bin auch nicht auf der Straße dann gefahren. Ich bin auf einmal so schräg einfach auf diesen Zaun zugefahren und hab einfach nicht mehr reagiert. Und dann bin ich voll in diesen Zaun rein. Richtig Lärm gemacht. Natürlich schön aufgespießt mit dem Bauch. So richtig schön auf diese Zacken da oben drauf. Die ganzen Kinder guckten mich an. Ich war richtig am Heulen. Hab mich dann da, bin weggelaufen. Mit dem Fahrrad aber ich. Und dann hab ich mir so auf den Bauch geguckt und hatte halt so ein richtig fettes Hämatum. Also richtig dunkel. Aua. Und ich hatte super Angst. Aber mir war das als Kind so peinlich, das meinen Eltern zu sagen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich hab bestimmt was Schlimmes und ich krieg Ärger, wenn ich jetzt zeige, guck mal, was ich hier hab. Und dann mitten in der Nacht hatte ich so Bauchschmerzen, dass ich dann zu meinen Eltern gegangen bin und denen dann dieses riesige blaue Ding da gezeigt. Und die hatten so Panik, dass wir mitten in der Nacht zu irgendeinem Notarzt gefahren waren dann. Scheiße. War aber zum Glück jetzt nix. Aber das war auch meine Erfahrung. Wollt ihr doch mal ein bisschen cool machen. Guck mal, guck mal. Pop, da liegt er am Zong. Okay, so. Haben wir auf jeden Fall gut die Frage von der guten Frau jetzt erstmal ignoriert. Also, weiblich 15 Single noch. Du musst keine Angst haben, dass sich die Jungs vor deinem Körper ekeln. Also das ist, ich denke mal mit 15 gerade, das ist ja auch Pubertät, da hat man ja starke Selbstzweifel immer mal wieder. Würde ich aber gar nicht machen. Also weiß ich nicht, räum dir mal keine Selbstzweifel ein. Warum sollten sich Jungs vor deinem Körper ekeln? Nur weil du jetzt zum Beispiel auf einer Bierflasche ausgerutscht bist. Weißt du, das macht ja keinen Sinn. Gut, deine Freundin wurde dauernd angeflirtet, du wurdest vielleicht nicht angeflirtet. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Vielleicht warst du einfach nicht der Typ von einem Jungen oder keine Ahnung. Oder du hast nicht die Signale ausgestrahlt, dass du Bock hättest, gerade angeflirtet zu werden. Keine Ahnung. Ja, aber ich würde sagen, mach dir einfach mal nicht zu viel Stress. Ich meine, du bist ja auch noch 15, das ist ja noch relativ jung so. Haben wir damals mit 15 schon Alkohol weggezischt auf einer Party? Dicker, ich habe mit 15, ich habe den ganzen Tag WoW gespielt. Ich habe meine Füße nicht gesehen. Und ich glaube, von meinem Körper hat sich auch der ein oder andere geekelt an. Nee, keine Ahnung. Safe, safe. Was für safe? Das war ein Witz. Du warst doch mal ein Fettklopster. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, fett zu sein. Nein, das ist nicht schlimm, aber da hat sich bestimmt auch irgendwer geekelt. Kann ich ja nicht jeder geil finden, so weißt du, wie ich meine? Nicht? Meine Mama hat gesagt, ich bin hübsch. Du kannst mir gar nichts. Ich kann dir gar nichts. Jetzt bist du natürlich ein Hottie, aber damals... Ja, besser ist das, ne? Jetzt gerade nochmal so, versuch die Kurve zu kriegen. Erstmal die Schnauze. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die Perle brauchst du hier gar nichts einbilden. Die soll sich keine Zweifel machen. Mit 15, da kommen noch Typen an, die werden die vernaschen wie ein Zuckerwürfel. Also hier ist alles safe. Danke, Stressperle. Genau. Mach dir mal keinen Stress. Mach dir keinen Kopf. Kommt Zeit, kommt Typ. Und die Jungs werden sich schon nicht von deinem Körper ekeln. Mach dir mal keinen Stress dazu. Und Macken gehören zum Körper dazu. Macken zeichnen den Körper. Wichtig. Dein Körper ist eine Leinwand und deine Macken sind das Bild. Ich könnte alle meine Macken aufzählen, aber das wird dann kritisch eher. Ja, mach mal. Was ist so deine größte Macke? Meine größte Macke körperlich oder überhaupt? Ja, den Schaden, den brauchen wir nicht aufzählen. Da haben wir jetzt schon sechs Folgen hier an Beweisen. Zum Protokoll der Macken. Hast du irgendeinen körperlichen Teil, den du nicht schön findest an dir oder so? Ja, es gibt einen Teil, aber das ist halt mein bestes Stück an sich. Findest du nicht schön oder was? Doch, der ist schön, aber der ist halt nicht gerade. Das ist halt ein bisschen kritisch. Ja, das ist vielleicht der G-Punkt-Winkel. Dass du auf den Notausscheintern kommst. Kann man hier nichts dran ändern, aber ich seh's halt ein und ich leb damit. Ja, alles. Nobody's perfect. Alles cool. Okay. Ja, ich hab rote Haare. Wobei, die mag ich eigentlich. Ich muss ehrlich sein. Ich mag meine rote Haare. Ja, siehste. Das Ding ist auch, ich bin tatsächlich mit meiner Freundin, die ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich rote Haare hatte und sie rote Haare so schön findet. Es gibt tatsächlich echt viele Mädels, die rote Haare mögen. Das hab ich früher auch nicht gedacht, aber ist tatsächlich so. Ich mag auch rote Haare bei Mädels. Ich auch. Rothaarige Frauen, Alter. Immer 10 von 10. Ja. Direkt. Ja, wobei nicht immer. Manche sind auch rote von 10. Ein rostiges Dach, ne? Da weiß, was im Keller abgeht. Gut. Was denn? Ja, da ist ein bisschen Überschwemmung. Musst du mal auspumpen, den Rubel. Gut. Lassen wir mal die Dame hier wieder raus, die Grito Angst zuständig ist. Ich wollte gerade sagen. Okay. So, Rüdiger Dame. Walte deines Amtes, ne? Mach mal, mach mal eine gute Sprechstundehilfe da. Der Nächste, bitte. Hallo, ich weiblich21 bin seit einigen Jahren glücklich mit meinem Freund männlich26 zusammen und wir lieben uns wie am ersten Tag. Unser Problem, ich bin in der gesamten Zeit noch nie zum Orgasmus gekommen. Er findet es eklig, mich untenrum zu lecken. Da kann ich drüber wegsehen. Anfassen möchte er mich aber auch nicht. Ich habe Angst, ihn zu fragen, ob ich selbst nachhelfen soll, weil ich Angst habe, er glaubt dann nicht genug für mich zu sein. Ich liebe ihn über alles, aber der Orgasmus fehlt mir schon. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Liebe Grüße. Ja, wenn die so lieb fragt, natürlich kann man da helfen. Aber ob der das so cool findet, ist natürlich die zweite Frage. Oh Gott. Gut, was soll man sagen? Er findet es ekelhaft zu lecken, er will sie nicht anfassen. Weiß ich nicht, wie nannte Tim das so schön? Dann organisiert euch doch vielleicht einfach mal ein Mösen-Mikrofon und dann singt doch mal zusammen einfach da rein oder so. Keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt ja trotzdem miteinander schlafen und dann kannst du einfach mal sagen, guck mal hier, ich habe hier was Tolles gefunden. Vielleicht gefällt uns das. Das ist, weiß ich nicht, es gibt doch so ein paar Vibratoren oder sowas, oder? Dann kann man es so verkaufen, das ist für beide, dass beide ein schöneres Gefühl haben. Dann kaufst du was und dann schön rein damit und dann einmal volle Pulle und dann Erdbeben. Ja, richtig. Dann ist dein Bett kaputt danach. Ja, ansonsten, ich meine, ich kann schon verstehen, warum sie Angst hat, ihren Freund zu fragen, ob sie selbst nachhelfen soll oder so. Ich glaube, das ist so einer der Punkte, die gehen richtig aufs Ego, oder? Wenn du kacke im Bett bist, wenn du deine Freundin nicht irgendwie zum Höhepunkt bringen kannst. Ich glaube, das ist so dieser eine Punkt, der bei fast jedem Mann so ein, ich weiß nicht, wie sagt man dazu, so ein Red Flag ist, dass er Angst hat davor, nicht manns genug zu sein oder so. Wäre Knockout für ihn an der Stelle, ne? Ist halt scheiße, ey. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und die kommt zu dir und die sagt, jo, ich habe die echt lieb, aber du bringst es einfach nicht. Das wäre hart, das wäre richtig hart. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, aber das wäre schon so, oh, Baby, dann, da ist die Tür. Schade. Wird nichts. Ja, von daher, ich verstehe halt deswegen, dass sie halt Angst hat, dahingehend. Klar. Ich würde einfach mal probieren, weiß ich nicht. Ja, Spielzeug, wo wir erst mal reden auf jeden Fall, ne? Zusammenhocken. Setzt euch hin, sprecht das klar und deutlich an, ey, pass auf, ich liebe dich über alles, aber du bringst es aktuell nicht. Wir müssen das ändern. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Ne, man kann natürlich die Wortwahl ein bisschen anpassen. Pass mal auf. Ich hab dich echt lieb, aber du bist richtig kacke im Bett, so, ne? Können wir da nichts machen, kommen wir da nicht. Deswegen, ich wollte fragen, du hast doch einen Bruder, ne? Ne, also von daher, wie gesagt, ich wollte einfach mal dann euch raten, einfach mal ein bisschen auf Spielzeuge auszuweichen. Notfalls, vielleicht ist er ja auch ein Gamer, dann kannst du ja einfach den Playstation-Controller mitnehmen, ein bisschen Rumble-Funktion einschalten, dann einfach Dauerfeuer in irgendeinem Shooter geben. Keine Ahnung. Kennst du eigentlich hier diese Horror-Unfall-Geschichten mit dem Staubsauger, wo Leute ihren Schwanz in den Staubsauger hängen? Und dann gab's auch hier diese Vorwerk-Staubsauger, die so Sachen zerhäckseln und dann gab's wohl mal so einen ganz berühmten Fall, da hat der Sohn, ist irgendwie in der Notaufnahme gewesen, hat da gesagt so, jo, von wegen, mein Ding ist halt jetzt komplett zerfetzt, so, weil ich hab meinen Dödel halt in so einen Vorwerk-Staubsauger gehalten. Und dann hat irgendwie der Stiefvater oder so, der wollte das nicht glauben, ist nach Hause und hat einen Auma reingehalten und lag dann am nächsten Tag daneben, weil er genau dieselbe Verletzung hatte. Haben sich einfach beide einfach einen Schwanz abgeschnitten mit so einem Staubsauger. Idioten, Alter. Also Props an jeden, der das gemacht hat. Kappa. Ja, es gibt einen Twitter-Nutzer, der ist sehr bekannt dafür, dass er öfters mal sein Glied in einen Staubsauger hält und sich dabei filmt. In zwei? In diverse, also der hat auch mal erzählt, warum er das macht und zwar hat er wohl so einen Fetisch, dass er sich in die Nüsse treten lässt und das hat er wohl über so viele Jahre praktiziert, dass er impotent ist und einfach keine Latte mehr kriegen kann und seitdem schiebt er sein bestes Stück in Staubsauger rein. Also Kinder, es gibt sehr verrückte Menschen auf der Welt. Den könnten wir mal einladen für einen Podcast, der fragt immer, wo er mal in einen Podcast kann. Lad den mal ein. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich will ihm halt nur nicht die Bühne geben, dass er den Leuten sagt, wo seine Werke zu finden sind, weil wir wollen natürlich keine pornografischen Schritten hier an Minderjährigen unterstützen oder sonst was. Das macht man nicht, das ist strafbar. Das machen wir mal nicht vorne. Genau, also weiblich 21, sprech mit deinem Freund, probier da einfach mal ein paar Spielzeuge aus und dann ist der olle Lade noch gut bezahlt. Gut bezahlt, ne? Und dann kann er dich schon mal richtig schön reinknacken hier. Rüdi, hol mal einen neuen rein hier. Der Nächste, bitte. Ich, männlich, 15, hab mich aus Spaß bei Tinder angemeldet und hab eine 19-Jährige kennengelernt, mit der ich seit ein paar Tagen offiziell zusammen bin. Nach mehreren Dates natürlich. Ich hab nun ihre Eltern kennengelernt und verstehe mich mit ihr super. Das Problem, welches ich nun habe, ist, dass sie nicht weiß, wie alt ich bin, da ich auch älter aussehe. Sie denkt nun seit fast zwei Monaten, dass ich 18 bin. Wie kann ich ihr beichten, dass ich 15 bin, ohne, dass sie das komplette Vertrauen in mir verliert? Ich brauch schnell Hilfe. Die arme Sau. Ja, gut. Hättest du mal von vornherein ehrlich sein sollen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja immer dieser Klassiker, wenn Leute einfach bei Tinder oder so irgendwelche Bilder von sich reinstellen, die sie so hart mit Photoshop bearbeitet haben, dass die halt überhaupt nicht mehr sich ähnlich sehen oder so und dann da sitzen und denken, ja scheiße, die hat sich jetzt auf den Typ im Bild vielleicht verliebt und jetzt komm ich da an, Alter, und ich seh einfach aus wie Quasimodo, so, weißt du? Aber die wollten eigentlich hier den schönen. Krise. Ne, ähm, ja, also wie gesagt, ist es immer wichtig, ehrlich zu sein, gerade vor allem, wenn man sich schon bei mehreren Dates irgendwie verabredet hat. Ich hätte das, glaube ich, beim ersten Date direkt offen und ehrlich gesagt, weil man muss ja auch einfach mal bedenken, sie ist ja über 18, also sie ist volljährig und du bist 15. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht, wenn man miteinander schläft. Ich weiß, dass Sex unter Minderjährigen ist ab 14 Jahren straffrei und Volljährige dürfen auf jeden Fall nicht gegen Entgelt oder gegen irgendwelche, weiß nicht, du dürftest zum Beispiel nicht, wenn du volljährig bist, dann wirst du mit einer 17-Jährigen anfangen und du sagst, guck mal, ich hab das Essen bezahlt, jetzt geht's ab dafür oder so. Das ist auf jeden Fall strafbar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn sie 19 ist und er ist 15, inwiefern das problematisch ist oder ob das über 14 Jahre, wie gesagt, ich will da nichts sagen, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, das sollte man auf jeden Fall ansprechen, bevor sie 19 sich einfach strafbar machen sollte oder ähnliches. Sprech einfach offen und ehrlich mit ihr, bevor sich da mehr irgendwie entwickelt und sie erfährt dann, jo, der ist halt eigentlich noch vier Jahre jünger als ich und scheiße, was machen, ne? Ich sag mal, wenn ihr euch wirklich liebt, dann ist das vielleicht dann ja auch einfach keine, ähm, wie sagt man, ist das kein Hindernis? Keine schwere Aufgabe, ne? Einfach mal hinsetzen. Wartet ihr einfach mal ein bisschen, bis das dann auch wieder sich geregelt hat und vom Alter her legal ist oder ähnliches. Ansonsten sag ihr einfach, jo, ich muss dir was sagen, es ist mir peinlich, ich hab mich da angemeldet, weil ich dachte, keine Ahnung, aber ich hab mich jetzt in dich verknallt und du dich vielleicht auch in mich, ich bin aber erst 15, ja? Ah, na, geh gelaufen. Ja, hättest du einfach mal von Anfang an nicht lügen sollen, aber weißt du, falls es mit der nichts wird, weißt du ja fürs nächste Mal, gib dich einfach nicht als älter aus. Und zöger das nicht heraus, ne? Sag ihr das. Ne. Das wird immer schlimmer, je länger das jetzt dauert, ne? Richtig, richtig, richtig. Das ist wie, wenn du irgendeinen lustigen Ausschlag auf der Eichel hast, Alter, dann zöger das auch nicht hinaus. Geh direkt zum Arzt. Und nicht zu uns damit, ne? Damit haben wir nix am Hut. Gut. Ne, und bitte auch keine Bilder schicken und nix, ja. Danke. Dankeschön. So, raus hier. Der Nächste, bitte. Lieber Herr Rüdiger und Tommi, mir ist vor langer Zeit, circa sieben Jahre, wohl einer der peinlichsten, wenn nicht das peinlichste Erlebnis geschehen. Damals schickte mich meine Eltern zu den Pfadfindern, da war ich noch kleiner Bub, circa zwölf oder dreizehn. Keine Ahnung, warum die mich da hinschickten, war voll scheiße dort, egal. Zu dem Zeitpunkt war ich im Besitz meines zweiten Touchhandys mit Kamera. Da ich gerne selber Böller bastle, bis heute noch, bitte aufpassen. Zum einen ist es sehr gefährlich, zum anderen, wenn du erwischt wirst, kann es richtig ins Auge gehen, und zwar härter als der Polenböller, weil das ist dann ja auch unter anderem hier irgendwie Herstellen von Sprengstoff oder ähnliches, ne. Keine Ahnung, in welche Gesetzeslagen das genau da reinfällt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf die Schnauze kriegen kannst. Okay. Okay, und Pyrotechnik mich schon immer faszinierter, habe ich es gefilmt, wie ich meine selbst gebauten Böller zünde. Sehr viele dieser Videos stelle ich immer in die WhatsApp-Gruppe der Pfadfinder, wo unser Gruppenkommandant und sein Sohn ebenfalls drin waren und uns informieren, wann der nächste Kurs ist und wer krank ist und so weiter. Nebenbei schickte mir ein ehemaliger Kumpel ständig kranke Scheiße, wie zum Beispiel fette M-M-M-Pornos, M-Sex mit M-M-M-M-Tieren-Videos und ein Video, wo ein schwuler Opa von einem anderen einen Geblümel bekommt, mit so einer komischen Hintergrundmusik, die mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf geht. Richtig krank, der Bastard, ohne Witz. Als ich eines Tages wieder einen Böller zündete und das filmte, wollte ich dieses Video schnell in der Gruppe teilen, habe jedoch unbemerkt auf das Video daneben geklickt, auf das Opa-Porno. Es dauerte etwas, bis ich jetzt bemerkte, dass ich das falsche Video reingestellt habe, da niemand etwas darauf geantwortet hat. Als ich es bemerkte, bekam ich Panik und wusste nicht, was ich tun soll. Das Video konnte man damals auch nicht für alle löschen. Seit dem Vorfall konnte ich manchmal echt schwer einschlafen, da mich diese abnormale Peinlichkeit innerlich zerfrisst. Angesprochen wurde ich darauf Gott sei Dank nicht, außer von einem Mädchen in der Gruppe. Der Pfadfinderleiter hat mich daraufhin ignoriert und ich konnte meine Eltern dazu überreden, da nicht mehr hinzugehen. Das war so meine kleine damalige Story. Bin jetzt fast 20 und kann mittlerweile drüber lachen. Ach ja, ihr seid die Besten und euer Humor ist einfach nur einzigartig. Ich musste wirklich sehr oft Tränchen lachen bei deinen Videos, Tommy. Danke. Ja, gerne. Liebe Grüße auch zurück und freut uns, dass dich unsere Videos unterhalten. Und jetzt übergebe ich erstmal an Robert, bevor ich hier wieder mich um Kopf und kraten greife. Da hat er mal schön Opa-Porno mal weitergeschickt. Da war er 12, 13, sagt er, ne? Da gab es tatsächlich noch nicht die Funktion für alle löschen, wenn man mal versehentlich... Ja, diese Funktion ist aber auch ein Arschloch. Die klappt irgendwie nur 10 Minuten lang oder so, ne? Wenn eine gewisse Zeit überschritten ist, kannst du Sachen nicht mehr für alle löschen, sondern nur noch für dich selber. Ist ja auch irrelevant. Da muss man immer aufpassen. Da musst du halt sowieso aufpassen, was du postest, ne? Genau. Davon mal abgesehen. Der Arme, ich weiß jetzt nicht, was das mit Böller-Bohnen zu tun hat, wenn er hier irgendwelche Opa-Pornos... Achso, ja, wegen... Es ging ja darum, weil er die Böller-Videos immer reingestellt hat. Würde ich an dieser Stelle übrigens auch von abraten, weil wenn irgendeiner das dann einfach mal... Wenn er dich zum Beispiel nicht mag und er leitet sowas an die Cops weiter, kannst du halt auch Probleme kriegen, ne? Vor allem hier Böller-Zünden dann unterhalb von Silvester und dann hast du wahrscheinlich... Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht hier so einen Pyrotechniker-Schein hat oder ähnliches, um derartiges zu zünden. Und selber bauen, wie gesagt, kann halt richtig schön ins Auge gehen. Also solche Videos würde ich auch gar nicht erst ins Internet stellen oder WhatsApp gucken oder whatever. Guck mal, sein Hobby wollen wir ihm natürlich nicht ausreden, ist natürlich aber trotzdem gefährlich, ne? Ja, wenn du jetzt darüber lachen kannst, dann brauchen wir dahingehend ja nicht mehr helfen. Ist ja meine Meinung. Und... Ja gut, ich meine, man muss ja sagen, das ist sieben Jahre her, es hat offensichtlich keine Konsequenzen gegeben, aber man muss halt ganz deutlich halt hervorstellen, dass zum einen Videos, wo Menschen irgendwie Geschlechtsverkehr mit Tieren haben, dass es in Deutschland schon strafbar, wenn etwas derartiges auf deinem Handy gefunden wird, zum Beispiel, soweit ich weiß, sind Lehrer dazu verpflichtet, die Polizei zu alarmieren, wenn herauskommen sollte, dass etwas derartiges in deinem Besitz ist oder auf deinem Handy ist, ja? Also kann richtig ins Auge gehen. Sowas niemals teilen, niemals schicken, niemals besitzen, niemals irgendwo runterladen und niemals danach suchen. Ja, ganz wichtig. Und ansonsten, ja, du bist halt minderjährig, gut, dein Kollege schickt dir derartige Videos, ist natürlich auch nicht korrekt, weil man pornografische Videos ja erst ab 18 Jahren, glaube ich, sich so anschauen darf und so weiter. Yes. Und ich meine, das Thema pornografische Inhalte in WhatsApp-Gruppen oder sowas posten, haben wir ja auch schon mal angesprochen, ne? Wenn da andere minderjährige Menschen sind, dann teilst du gerade derartige Videos mit Minderjährigen, was auch wieder eine Straftat ist in Deutschland und hätte dich da einer aus der Gruppe gemeldet, dann hätte das richtig Stress gegeben. Richtig. Ja, also zum Glück ist für dich jetzt alles gut gegangen, aber an dieser Stelle natürlich auch der Warnhinweis an alle, die das hier hören, teilt einfach niemals Pornos. Also niemals und generell nicht in Gruppen. Wenn ihr irgendwie sowas mit euren besten Kollegen macht, so eins zu eins schicken, ja, kann ich auch nicht gut heißen an dieser Stelle, aber wenn ihr beide volljährig seid, dann ja, dann macht ihr halt, was ihr machen wollt. Aber schickt solche Sachen einfach niemals in Gruppen. Gut, ich meine, er wollte es ja nicht absichtlich machen. Nicht absichtlich, ne? Aber ist halt trotzdem dumm, ne? Also solltet ihr ja derartige Medien noch auf dem Handy haben, dann löscht die. Allein schon für den Fall, dass mal euer Handy irgendwie kontrolliert werden sollte oder sowas. Äh, nee, also ihr wollt sowas einfach nicht besitzen. Ja, und da ist richtig, ne? Da ist richtig. Gut. Ja, und das ist dir peinlich, das kann ich mir gut vorstellen. Ich find's halt interessant, dass der Pfadfinderleiter oder Lehrer oder was auch immer ihn nicht drauf angesprochen hat, ne? Also, ne? Oh, was ist das denn? Oh, das gefällt mir. Oh, das ist doch Herbert. Das ist doch Herbert. Oh, oh, oh. Kenne ich doch. Oh, oh. Die Hintergrundmusik, oh, die ist aber schön. Die lass ich jetzt laufen. Die ganze Zeit, über die Lautsprecher. Ne, es wundert mich. Oh, was ist das denn? Es wundert mich halt wirklich, dass der nix gesagt hat. Also, ganz ehrlich, wäre ich der Pfadfinderleiter und hier schickt so ein Minderjähriger sowas rein, Alter. Ich hätte den und die Eltern aber sowas von zu mir zitiert. Die können sich richtig was anhören. Gucken Sie mal, was ihr Sohn hier reingepostet hat. Gucken Sie mal. Da, der Opa. Der nimmt sogar das Gebiss raus, damit es besser flutscht da. Oh, gucken Sie mal da. Jetzt ist er richtig tief drin. Also, wie gesagt, das wundert mich so ein bisschen. Äh, ja, aber zum Glück im Unglück ist es für ihn gut ausgegangen. Wie gesagt, postet sowas nicht. Wie stehst du eigentlich zu Pfadfindern? Ich hab das nie gemacht damals, aber, ja, wieso nicht? Hätte ich eigentlich auch in meinem Alter immer noch Bock drauf, sag ich dir ehrlich, ne? Ja, ey, das Ding ist, ich saß letztens mit meiner Freundin, waren wir hier in der Startschule, ein bisschen Käffchen reinschlürfen da und dann kam da auch so eine Gruppe an Pfadfindern an, so ein Mädel, was dem Typ Huckepack vorbei ist mit ihren kleinen Abzeichen und so weiter und, Alter, hier ist der Flieger, Junge, vermiss dich. Hätte ich fast eingeatmet, das Drecksvieh. Und, äh, welcher halb erstickt. Ne, aber auf jeden Fall kam da Pfadfinder vorbei und ich dachte mir so, ey, ich glaube, als Kind hätten wir das auch richtig gut getan. Weil wir hatten doch auch mal hier den einen Kandidaten, der meinte, er weiß nicht, wie er Freunde findet. Ich glaube, durch so einen Verein wie Pfadfinder, da wächst man auch richtig zusammen, wenn das halt so eine richtige Gruppe ist. Weißt du, stell dir mal vor, du bist einfach in den Sommerferien, machst einfach so zwei, drei Wochen, bist einfach auf so einem Ferienlager. Ihr lernt, wie man angelt, wie man Kanu fährt, wie man, weiß ich nicht, wie man MacGyver-mäßig eine Bombe aus dem Kaugummi baut, keine Ahnung, so. Stell ich mir schon ziemlich cool für so einen Pfadfinder-Lager. Boah, da sehe ich uns beide, ne, als Lehrer sehe ich uns da, ne? So, Fahrtfinder-Leiter, oder was? Ja, ja, oh. Ja, rein und für sich hätte ich da keinen Stress. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt noch Bock hätte, so zwei, drei Wochen zu campen mit so einem Haufen Kinder. So, nach einer Woche hätte ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Ja, aber ich glaube, man muss da ja auch hier Prüfungen ablegen und so. Das Witzige ist, ein paar Freunde von mir sind tatsächlich so Fahrtfinder-Leiter und die hatten hier damals auch bei uns in der Hut einen Fahrtfinder-Verein dann gegründet, mit dem sie dann irgendwie, weiß ich nicht, campen gegangen sind und so. Und das Witzige war einfach, die Sprösslinge von denen, die waren Abonnenten von mir, hat sich dann herausgestellt, der eine Kollege meinte, ey, mit dem studiere ich zusammen. War richtig hin und weg. Das war witzig. Geil. Ja, also von daher, ich sag mal, wenn ihr irgendwie Probleme haben solltet, Freunde zu finden oder in dem Alter sein und ihr denkt euch, Alter, ich hab keinen Bock die ganze Zeit hier rumzupimmen, weiß ich nicht, überlegt doch mal, schaut mal, schnuppert mal bei so Fahrtfinder-Reihen, Alter. Ich finde, das ist jetzt echt nicht so wack, wie viele Leute das darstellen. Ich finde, ganz ehrlich, geht mal lieber ein bisschen, oh, ich hab die Fliege gerade gekillt. Okay, geht mal, oh, schön Buddy-Count hier, oh. Geht mal lieber, weiß ich nicht, ein bisschen in der Wildnis abhängen, ein bisschen lernen, wie man so ein Tipi baut oder so, statt hier mit 14 sich schon Wodka-Tambus in den Arsch zu schieben, was ihr bitte nicht machen solltet. Wenn ihr mit der Lupe eine Scheune anzündet, hab ich gemacht damals. Was? Mit 14 hast du gekillt? Nein, ich hab mit einer Lupe eine Scheune angezündet. Ich hab verstanden, wie man einen Joint anzündet. Nein, das nicht. Du hast mit einer Lupe eine Scheune angezündet? Ja, safe. Warum? Ich hab mir eine Lupe geschnappt und hab das immer in diesen komischen Serien gesehen, dass die dann mit der Lupe irgendwie dann so einen Strahl erzeugen können und dann brennt's halt, ne? Das hab ich ausgetestet. Oben durch die Dachluke kam Lichtstrahl durch, war ordentlich heiß. Dann hab ich mir die Lupe so am Boden ein bisschen rumgefuchtelt und der Strahl ein bisschen aufs Heu gehalten, ne? Das hat nicht lange gedauert, bis es gekokelt hat, ne? Aber ist es dann auch tatsächlich in Flammen aufgegangen oder hat's nur bisschen... Ist in Flammen aufgegangen, ne? Hast du gelöscht oder ist das Ding abgefackelt? Kein Kommentar, oder was? Lass mal einen hier im Raum stehen. Oh Gott. Oh, Hilfe. Okay, hatten wir noch einen Kandidaten? Guck mal, Rüdiger ist da noch wer im Dings, im Wartezimmer. Ja, einer ist da noch. Einen seh ich noch. Wo ist er denn? Ein kleiner Buch? Ja, hol den mal ran da. Oder soll ich vorlesen? Ah ja, ich mach hier mal. Männlich 13 ist es. Das seh ich vom Weiten hier, den erkenne ich doch da am traurigen Blick. Ah ja, okay. Das ist natürlich auch ein Fall für mich hier, ne? Ja, mach mal. Hol den mal ran da. Ja, ja. Komm nicht in den Traurigen, so. Das gehst du auf den Schnauzen, mein Freund. Ne, Spaß. Der Nächste, bitte. Tommy und Robert, ich, männlich 13, hab eine Mutter, die ist Verschwörungstheoretikerin. Und ich hab regelmäßig Probleme damit. Kann ich mir vorstellen. Sie ist mittlerweile das Gespött meiner Klasse mit den coolen Aussagen, aus Flugzeugen kommen Gift oder Corona-Empfungen, also ist auch so geschrieben, lassen einen sterben. Ich hab schon oft mit ihr versucht zu reden und wollte es mit Fakten widerlegen, aber schneidet mir immer das Wort ab und zeigt mir irgendwelche Facebook-Posts. Was soll ich tun? Oh, aua, das ist dieser Klassiker, ne? Das ist aber als 13-Jähriger schwierig, da was gegen zu machen, weil du kannst an deiner Mutter nicht sagen, was richtig oder falsch ist, weil das ist ja ihre Aufgabe dir gegenüber. Ja, das Ding ist halt bei diesen ganzen Verschwörungsgläubigen und so, das ist halt dieser, oh Gott, wie heißt dieser Effekt, dass je mehr, also es braucht halt viel mehr Aufwand, um Schrott zu widerlegen, als um Schrott einfach rauszulegen. Aber das ist halt dieses Problem, wenn du mit Verschwörungsgläubigen, ich mein, man nennt die ja Verschwörungsgläubig, weil Theoretiker würde ja immer bedeuten, dass da tatsächlich eine richtige Theorie hinter ist, die halt auch faktisch begründbar ist und so weiter. Deswegen sagt man ja Verschwörungsgläubige, weil das, was die da meistens machen, hat wenig damit zu tun, wenn Hans Günther irgendwie bei Facebook schreibt, oh, die Corona-Impfung, das ist sieft, ne? Und dann ohne Quelle, ohne alles und dann kommen da alle Leute und sagen, ja, der Hans Günther, den kenn ich persönlich, da würde niemand lügen, da, der Hans Günther. Ja, richtig. Halt die Fresse, Hans Günther. Wir wollen uns klein halten. Ja, nee, von da, es ist halt immer schwierig, mit so Verschwörungsgläubigen irgendwie ernsthaft versuchen zu diskutieren, weil du zeigst denen dann irgendwelche, ich sag mal so, du hast irgendeine komplett dumme Aussage, dann suchst du einen Artikel raus, der das alles widerlegt, der faktisch aufbearbeitet ist und so weiter. Dann kommt, ja, nee, die sind ja bezahlt, die müssen das ja sagen. Was willst du denn dann sagen? Willst du sagen, nee, die sind offensichtlich nicht bezahlt oder was? Du kannst das einfach nicht. Und wenn du dann einen Teil widerlegst, dann kommen die mit der nächsten Aussage. Da kann, weiß ich nicht, sagen wir mal, da kommt einer, ja, die Erde ist eine Scheibe, du, da ist eine Simulation da alles außenrum. Dann sagst du, ja, die Erde ist keine Scheibe, beweist denen das irgendwie mit Gravitationskräften und so weiter. Dann sagen die, ja gut, das ist vielleicht nicht direkt eine Scheibe, vielleicht ist das da eine Halbkugel. Und die ist hohl. Da liest du doch ein Donut, das sehe ich doch von mir. Und du bist doch ein Ex-Mensch und wurdest bezahlt von der Regierung. Ja, richtig. Von daher, man kann mit solchen Leuten einfach nicht ernsthaft diskutieren. Macht das auch nicht. Ist natürlich peinlich, wenn es halt deine Klasse mitbekommt, ne? Ist dann natürlich, kann ich mir vorstellen, wenn dann die Mutter auf einen Elternabend kommt und dann geht es darum, wie in der Klasse mit Corona-Maßnahmen und so weiter und die kommt dann an und sagt, ja, das ist doch alle Dief, die ist das doch. Was willst du da sagen, ne? Also ich kann schon verstehen, dass das ja sehr peinlich ist. Ähm, ja, ist schwer zu sagen, ne? Ich meine, du kannst deiner Mutti natürlich immer mal wieder versuchen, irgendwelche, zum Beispiel Videos von MyLab zu zeigen. Die klärt das ja zum Beispiel sehr gut auf, wie ich finde. Oder auch kurz gesagt, haben sehr gute Videos gemacht. Kurz gesagt, das ist ein guter Tipp, ja. Safe. Gut, ich meine, zu Chemtrails habe ich auch mal ein Video gemacht. Das ist dann immer das Geilste, wenn dann auf einmal kommen da diese Verschwörungsleutchen an. Ey, was die, was die für einen Müll posten. Dann posten die dir so eine komplette Bachelor-Arbeit, weißt du, so 4000 Zeichen, Alter, mit 400 Links und so weiter. Und dann kommt immer, ja, du zensierst mich, ich habe einen Beitrag geschrieben. So, ja, alter Dicker, das ist im automatischen Spam-Filter drin, wenn da deine komischen Links kommen auf irgendwelche TO-Seiten oder die Wahrheit 34.ru, wo du dir denkst, ja, ohne Impressum, ohne alles, einfach nur Aussage, so Bild-Zeitungsniveau, einfach nur eine Überschrift, aber ohne Quelle, so, ja, Props, Bruder. Aber von daher, ja, schwer zu sagen. Schau, die willst du doch alle nur klein halten. Ich will die alle kleiner, ich bin von der Regierung bezahlt auch. Ja, du bist doch ein Echsenmensch bist du. Ja, ja, das auch, ja. Ich wohne auch im Inneren der hohen Flacherde und das Ding ist übrigens ein Oktagon. Ja, richtig. Ne, aber ein guter Kollege von mir, der hat auch das Problem mit seinem Vater, der ist auch richtig abgedreht auf allen möglichen Verschwörungssachen, der hat dem erzählt, der geht Echsenmenschen jagen und der war letztens irgendwie Geister töten und so richtig dumm. Weißt du, der Typ war immer komplett normal und auf einmal fährt er so eine richtige Schiene und dann auch Impfungen sind Gift. Der hat irgendwie seinen Ausweis in die Mikrowelle gesteckt, damit der Deadship im Ausweis kaputt ist, damit man den nicht orten kann und nur so ein Müll, weißt du. Und der Kollege meinte auch, ey, du kannst einfach nicht diskutieren. Wenn du denn irgendwas mit Fakten kommst oder Quellen, dann sind die natürlich alle gefälscht, aber diese ganzen Sachen ohne Quellenbelege und so weiter, die im Internet stehen, das ist natürlich die Wahrheit, weil das sind ja von Leuten, die irgendwie seriös sind oder so. Keine Ahnung, ne? Also der meinte, es macht keinen Sinn zu diskutieren, der hat sich jetzt auch seine Corona-Impfung schon abgeholt, habe ich auch gefragt, und hast du es deinem Vater gesagt? Dann wäre er nur am Weinen und würde für mich beten, weil dann stirbt er ja bestimmt und so ein Müll. Von daher, bleib stark, versuch es immer mal wieder vielleicht aufzuklären, versuch ein bisschen gegenzuwirken, ist ja im Endeffekt immer noch deine Mutter. Wie gesagt, zeig ihr zum Beispiel Videos von MyLab zum Thema Corona und so weiter und versuch einfach normal mit dir zu sprechen und versuch ihr medienkompetenzmäßig zu erklären, dass Facebook eine ziemlich beschissene Quelle ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Mehr kannst du auch dazu nicht sagen. Ich meine, du kannst deine Mutti hier schön im Podcast reinholen, Alter. Kannst du die mal reinholen. Wir falten hier mal eine Runde zusammen und gucken mal, was da rauskommt, aber ich glaube, das wird halt auch keine Früchte tragen. Von daher, wie gesagt, versuch es so zu machen und ansonsten wünschen wir dir starke Nerven. Viel Erfolg. Durchhaltevermögen. Wenn du zu doll machst, musst du aufpassen, dass du nicht zu Hause rausfliegst, ne? Muss aufpassen. Ja, wobei er ist 13, ich glaube, er kann so leicht nicht von zu Hause rausfliegen. Ja, du weißt ja nicht, was in deren Köpfen da abgeht, ne? Ja, das ist... Nachher ist er noch bezahlt von der Regierung, das weißt er nicht. Oh, mein Sohn, du bist doch gar nicht mein Sohn, du bist doch bezahlt von der Regierung. Die haben mich dir eingepflanzt, die haben das Kind ausgetauscht, haben die doch hier. Haben sich doch mit so einer Echse, haben sie mich hier. Die haben mich da, die haben mich betäubt und haben sie mit das Ding hier eingepflanzt. Das waren Aliens, das war so eine Analprobe da. Die haben mich hochgebeamt, oder? Scotty beam ich ab, oh, und dann schön rein da. Oh, was ist das? Oh, 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 Scotty, deine Hand. Oh, oh, oh. Jetzt zeig ich mal den Alienpimmel da. Oh, ja, den gib mir mal. Oh, was ist das denn? Ist das da ein Tentakel? Oh, Mama, oh, Mama, oh, oh. Oh Gott, Hilfe, ja, enden wir mal wieder sehr seriös. Das war's mit der heutigen Folge der stabilen Sprechstunde, dem wahrscheinlich seriösesten Selbsthilfe-Podcast auf Spotify, YouTube und irgendwie haufenweise andere Plattformen. Ja, wir wünschen euch alles Gute. Wir schließen jetzt die Runde, oder? Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ich muss jetzt einmal, ich muss hier noch, bevor ich jetzt hier ins Bett gehe, nochmal kurz ran, dann, ne? Du hast doch gar nichts unter deinem Kittel. Was ist denn hier los? Ja, ich hab nur eine Netzschrumpfhose an heute. Oh, das sieht aber geil aus. Wie findest du das? Das ist mein Elefantentanger. Oh, das ist klar. Ich muss hier nochmal mal größer sein. Stell dir mal vor, du bist so ein Mädel und dein Freund kommt ernsthaft mit so einem Elefantentanger an. Alter, was machst du denn? Da geht doch nichts mehr, oder? Da geht gar nichts mehr. Da ist einfach das Süßt unten, Digga. Ja, ich wollte gerade sagen. Hilfe. Freunde, bitte kommt nicht mit Elefantentangers zum dritten Date. Niemals. Lifehack. Und seid immer ehrlich, ne? Ja, gebt euch nicht aus 19 aus, wenn ihr 15 seid. Und ansonsten, Robert ist immer noch Single, schreibt ihm. Niemals, Alter. Er kommt auch mit Elefantentanger zum ersten Date sogar. Oh, was ist das denn? Guck mal hier, meine Rüssel. Wenn ihr aufpasst, dann spritze ich schon nass hier das Wasser noch. Jetzt mach mal schön die kleinen Bissbacken da auf. Oh, ist das eine Erdnuss da? Okay, reicht. Tschüss. Tschüss.